Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Train Simulator 2018 hier bei Nortran TV Play mit mir, dem Zengels. Wir fahren heute den SBB RAB E511 von Trainworks. An dieser Stelle auch direkt mal vielen Dank für die Bereitstellung. Und fahren tun wir den von Ziegelbrücken bis nach Feffikon. Und damit das die Fahrgäste auch wissen, stelle ich mal mit STRG F10 hier die Zugzielanzeige ein. Da, Feffikon, wunderbar. Und dann gehen wir auch direkt mal die Türen frei. Und wir sehen, das ganze Ding ist noch ziemlich tot. Also da ist nichts, da brennt kein Licht. Also mal rein in die gute Stube. Wir müssen das ganze Fahrzeug natürlich noch schön aufrüsten. So, da sehen wir noch den Mond am Himmel. Wir haben 6 Uhr. Und, beziehungsweise 6 Uhr, ja, ganz genau 6 Uhr. Und da würde ich mal sagen, machen wir uns erstmal hier ein bisschen Licht an. Dann den Fahrstand aktivieren. Und, ja, erstmal Batterieschalter einlegen. Jetzt können wir hier zum Beispiel auswählen, auf diesem Monitor, welchen Pantographen wir oben sehen wollen. Oh, das ist alles so laut. Wahnsinn. Hier ist ein kleines knatterndes Ding da. Man könnte meinen, ich habe das Fenster offen gelassen, aber nee, ist zu. Naja, aber wir können es auf Auto lassen, weil dann stellt er selber ein, ob der den vorderen oder hinteren nimmt. Je nachdem, in welche Richtung wir fahren. Wir können hier den Spiegel ausklappen. Der Spiegel bringt uns nur leider herzlich wenig, weil es irgendwie keine spiegelnden Texturen gibt hier. Also fahren wir den mal ganz schnell wieder ein. Aber Zugspitzensignal sollten wir natürlich anmachen. Ja, Parkbremse ist gelöst. Das ist schon mal sehr erfreulich. Dann können wir den Fahrträchtungswender schon mal nach vorne machen. Den Pantographen heben. Beziehungsweise direkt einfach den Hauptschalter reinmachen. Und dann können wir mal kurz die Zugbeeinflussung testen. Das machen wir hier über diese ZUB-Taste. Jetzt haben wir die ZUB-Test-Taste. Jetzt hat er die einmal durchgetestet. Dann machen wir direkt auch mal mit Shift-7 die Wachsamkeitskontrolle an. Und mit Shift-L oder was? Steuerung L. Muss ich gleich mal gucken, kann man die nämlich noch umstellen, weil es gibt mehrere Modi. Es gibt einen, der wahnsinnig nervig ist. Das werden wir wahrscheinlich gleich merken. Wo sich der Sicherheitsfahrschalter, also die Wachsamkeitskontrolle, alle paar Sekunden meldet. Und es gibt einen, wo er dann immer mal wieder macht. Also es gibt so eine, glaube ich, eine Wegsiefer und eine Zeitsiefer. Die Schweizer machen das scheinbar so. So, jetzt müssen wir noch ganz wichtig den Hauptschalter wieder neu reinmachen. Weil durch diesen Test von der Zugbeeinflussung, ne, haben wir halt immer eine kurze Zwangsbremsung quasi. Und das haut uns dann direkt den, ja, Hauptschalter raus. Und dann ist ein Fahren nicht möglich. So, jetzt sehen wir hier direkt von der Zugbeeinflussung die angesagte Geschwindigkeit. Und wenn wir mehr wissen wollen, können wir hier auch sogar noch kurz dieses Display anmachen. Einfach draufklicken und nach oben, bisschen mal unten ziehen. Und dann sehen wir hier Ziegelbrücke. Da sind wir. Und wir fahren jetzt nach Bilten. Und ich würde sagen, da wir Abfahrt haben, sollten wir uns auch schleunigst hier vom Fleck bewegen. Also Bremse lösen. Wachsamkeitskontrolle langsam gang. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Scheinwischer sollten wir natürlich auch anmachen, weil das Wetter ist echt nicht schön. Und dann kann es losgehen. Ja. Ja, unterwegs sind wir auf der Strecke SBB Route 1. Auch hier nochmal vielen Dank für die Bereitstellung an das Simtrain Team. So, jetzt gleich dürfen wir 100 fahren. Aber natürlich auch erst dann, wenn der letzte Wagen da über die Weiche geruckelt ist. So, hier BU schön gesichert. Die Kurve müssen wir noch kurz durchfahren. Und jetzt ist auch die Geschwindigkeitsbegrenzung komplett aufgehoben. Das heißt, wir dürfen das maximal hier angezeigte fahren. Also diese vollen 100 kmh, wenn ich das richtig verstehe. Also schalten wir mal auf. Beziehungsweise jetzt 125 gleich. Aber da hier leider glaube ich keine Kilometertafeln sind, werden wir an dieser Stelle jetzt mal unten das Display einbinden müssen. damit wir hier wissen, wo wir uns eigentlich gerade befinden. So. Wunderbar. So, jetzt dürfen wir auch mit vollen 125 fahren. Das Ding schafft maximal oder darf maximal 160 kmh fahren. So. Swiss Spore. Kenn ich nicht. Ja, auf Schweiz hätte ich jetzt schon Bock, aber auf das Wetter, um ehrlich zu sein, nicht. Aber es ist auch Winter hier in der Simulation, also dann passt das schon. So. Leicht verspätet bringen wir mal unserem Zug hier das Stehen bei. Perfekt. Türen auf. Hier wird einem direkt auch angezeigt, welche Richtung gerade geöffnet ist. Die Richtung kann man leider selber nicht auswählen, aber wie gesagt, das ist ja eine generelle Sache von Train Simulator. dass man da irgendwie da nie so einen Einfluss drauf hat. Ja. Oder unser Fahrer, der, äh, der weiß noch nicht ganz genau, ob er da sein will oder nicht. Naja. Wir können mal kurz in die Innenansicht gehen. Okay, hier steht jetzt was anderes als draußen. Naja. Gucken wir uns gleich nochmal an. Würde ich sagen. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Ja, Beschleunigung ist gerade ziemlich langsam, aber naja, geht. Doch, jetzt kommt er in die Pötte. Ist ja ganz angenehm, weil so ein Ruck am Anfang wäre ja auch nicht von Vorteil. Irgendwie habe ich gerade die ganze Zeit so ein komisches Quiechgeräusch im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht. Es gibt auch noch so ein paar Fehler, äh, von denen weiß der Entwickler tatsächlich. Das ist zum Beispiel einmal, das, ja, das beim Sound ab und zu mal was, äh, ein bisschen anders ist. Also, das könnte zum Beispiel eventuell dazugehören, dieses Quietschen. Aber an sich ist der Sound wohl recht realistisch. Und auch leise. Also, ich bin noch nie mit so einem Fahrzeug gefahren, aber ich meine, man hört halt nicht viel, ne. Aber ihr könnt gerne mal in die, äh, Kommentar schreiben, was ihr von dem Fahrzeug so haltet. Vielleicht kennt ihr das ja aus nächster Nähe. Uiuiui. Uiuiui. Geht aufs Kreuz hier, die Route. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen weiterschalten. Wenn wir jetzt gleich Halt in Reichenburg haben. So. Uiui. Ja, man hat das Gefühl, wir springen hier eher über die Strecke. Es kann sein, dass, äh, hier tatsächlich ein paar Huggel drin sind. Aber so krass glaube ich auch wieder nicht. So, da war tatsächlich auch mal der Sicherheitsfahrschalter. Und ich überlege gerade, ob ich gleich mal in diesen Schnellgang von dem Sicherheitsfahrschalter reingehen soll. Einfach nur mal um zu zeigen, was dann passiert. Oder, oder einfach um zu zeigen, wie nervig das dann ist. Weil das ist echt, äh, ein, ein wahnsinnig pränetrantes Ding, aber da bleibt man auf jeden Fall wach. Ja, das können wir mal machen. Ich hoffe nicht, dass der nächste Halt jetzt so weit weg ist. Aber das können wir mal ganz kurz nachgucken. Reichenburg 49, ja, okay, drei Kilometer ungefähr. Ja, ein bisschen weiterfahren sollten wir schon, beziehungsweise uns generell ein bisschen auf die Strecke konzentrieren, während wir hier in den Bahnhof reinfahren. Weil gerade da passiert es ja mal gerne, dass da irgendjemand vorhopst. So, bringen wir den Zug mal hier zum Stillstand. Ich glaube, da sollte eigentlich der Treppenaufgang sein. Ich sehe ihn jetzt nicht. So, jetzt stellen wir ganz kurz um. Jetzt bin ich mal gespannt, weil jetzt gleich wird nämlich eine sehr nervige Fahrt beginnen, aber ich weiß gar nicht, warum macht man das in der Schweiz so, dass man da diesen Sicherheitsfahrschalter eben in zwei Modi hat. Einmal dieses komische Schnelle und einmal dieses Langsame. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, dass ich es jetzt richtig umgestellt habe, weil dann wird uns jetzt gleich ein blaues Wunder blühen. So, abfahren. Natürlich alles natürlich fett geschrieben. So, Schnellgang. Jetzt haben wir den Schnellgang drin, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das ist tatsächlich die erste Schweizer Route, die ich fahre. Ähm. Bisher bin ich, genau, ja, super. Das Piepsen ist übrigens immer der Sicherheitsfahrschalter. ne, also das ist echt, ist echt kein Zuckerschlecken. Deswegen stelle ich das mal schnell wieder um. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was dieser Langsame Gang beziehungsweise Schnellgang macht. Also der Schnellgang ist das Nervige und einfach immer hier mit Was? 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 Ja, ich dachte eigentlich, dass ich bestätigt habe, aber ich war ja gerade in der Einstellung drin. Okay, also Was haben wir denn jetzt eigentlich gerade? Schnellgang oder Langsam Gang? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Zwangs an dieser Stelle. Ah, okay. So, jetzt haben wir es aber wieder, oder? Hauptschalter wieder rein. Nee, irgendwie Irgendwie noch nicht so ganz, ne? Jetzt? Ah, Bremsen sind glaube ich noch angezogen. Jo. Also einmal kurz Bremsen nach hinten ziehen. So, jetzt haben wir es aber. Ja, muss man ja auch mal erlebt haben, so eine Zwangsbremsung, ne? Jetzt ist nur auf jeden Fall das Ganze funktioniert. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da genau nicht bestätigt habe, weil ich zu sehr beschäftigt war mit meinem blöden Langsam- und Schnellgang-Sieferzeug. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, in welchem Gang wir drin sind. Ja, okay, offenkundig im Schnellgang. Ja, ne, also lassen wir den Sicherheitsfahrschalter mal Sicherheitsfahrschalter sein und fahren lieber ganz entspannt weiter, weil sonst wird das hier überhaupt nichts. Ja, so bestätigen tut man das Ganze mit Q. dann dreht sich dieser Knopf, weil es ist ja jetzt nicht die punktuelle Zugbeeinflussung, wie sie in Deutschland vorhanden ist, sondern dieses ZUB von der Schweiz kenne ich mich jetzt nicht wirklich mit aus, aber ist wohl relativ ähnlich. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen sportlicher fahren, damit wir in Schübelbach nicht ganz so spät ankommen. So. Wunderbar haben wir das zum Stillstand gebracht, das Gefährt, würde ich sagen. Was sind das eigentlich für gelbe Lampen hier? Was wollen die mir sagen? Das Fahrzeug steht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber, ich würde sagen, wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss. Euer Zengis. Untertitelungsschule